mit der Callcenter World. Die Callcenter sind zum Motor unserer Wirtschaft geworden und sie werden immer mehr auch wahrgenommen als die zentrale Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunden. Man sieht es auch daran, Live-Callcenter morgen, die D115, also auch Kommunen, sind ja seit Jahren daran, dieses Projekt da vorne zu treiben, jetzt live, kommen in den Dialog mit dem Kunden, den kurzen Weg mit dem Kunden und sehen das auch wirklich als, kann ich sagen, Kit unserer Binnenwirtschaft. Ich kann Ihnen heute erfreulicherweise berichten,